Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge unseres Gameplays Spore. Wir sind auf dem Planeten Barb in der Stammesphase und wir werden Dialog legen. Jetzt gleich los. Viel Spaß! Na, wie geht's euch? Müsst ihr arbeiten. In die Schule dürft ihr ja nicht. Und wenn ihr im Kindergartenalters seid, dann schaltet besser ganz schnell jetzt ab, weil mein Programm ist nicht für Kindergartenkinder. So, wir sind in der Stammesphase und ich möchte jetzt nicht über irgendeinen Corona-Müll oder so reden, sondern wir haben jetzt einfach miteinander eine schöne Zeit und gucken, ob wir heute... Wir werden schon angegriffen. Es geht los! 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 Oh Leute. Ja, wir freuen uns. Ein Schnellessen. Besorgt. Wir haben zwei Verbündete. Und zwei Feinde. Ja. Ja. Guten Hunger. Yummy, yummy, yummy. Schalk die Karhova. Schalk die Karhova. Lachen von unserem Boss ist einmal. Warum? Warum werden wir jetzt ständig angegriffen? Leute, ich muss euch sagen, so schlecht wie hier ist für mich das Spiel noch nie gelaufen. Lachen von dem einen Seiten an. Ständig die Zandale. Ach so an, schau. Hier wären selbst in einem Zandale. Geekot! Wo ist die Gries? Fäbis bleiben so lange, Fäbis. Hau sie ab! Das ist ein P. Ein P. Oh, das ist ja ein Dorf. 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 Hey, das ist ja ein Dorf. Ich glaube, da muss man es klissen. Da muss man es klissen. Da muss man es klissen. Oh, ich weiß es. Oh, ich weiß es. Gehen! Wir haben angefangen. Dieser Krieg ist jetzt vorbei. Und euer Totenfall gehört jetzt. Uns. Du hast das Zierandorf zerstört. Dein Stammestotem ziert nun ein drittes Totenteil. Na gut, tot sind sie auch. Die Werkzeuge und Outfits des besiegten Stammes sind nun in deinem Stammesplaner verfügbar. Dein Stamm entwickelt sich weiter. Deine Hütte wurde erneut verbessert. Und dein Stamm kann nun wachsen, bis er das Maximum von zwölf Mitgliedern erreicht hat. Tja, das machen wir jetzt. Was ist das? Und wieder? Oh, Larin, die Dorf, sie sind auch sauer auf uns. Jetzt müssen wir uns auf das Pinkdorf kümmern. Ja! Ich bin der Wettbewerb. Wir gucken, ob unsere ehemaligen Gefährten aus der Kreaturenphase noch da sind. Wir gucken, ob unsere ehemaligen Gefährten aus der Kreaturenphase noch da sind. Neues, Professor What forces you to invest? Das macht man aber nie. Das macht man nicht so gut. Ja, ist jetzt keine epische Kreatur entdeckt. Die Spiele haben sich bisher nicht liegen lassen und nicht weitend. Siegali, Katarita Hora! Siegali, Katarita Hora! Siegali, Katarita Hora! Käfer! Siegali, Katarita Hora! 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 Fuku-Data! Das heißt immer, mach das Beste aus einer Situation oder aus der Situation, in der man gerade ist. Es saht sich immer so leicht. Am liebsten mit Pizza und Cola eindecken. Bücher und Filme und Spiele habe ich gerade genug mit Frau Kuh durch die Runden. Aber... Was ist die Situation, dass sie nicht jeder Ding machen kann? So ist das mal. Okay, wollen wir auf Hildorf angreifen oder lassen wir doch erst als verdient? Ach, genau. Hildorf hat wieder die Maximale. Ganz zweiter Hildorf ist aber stärker. Mit den sollten wir nicht zu lange warten. Lassen. Wir probieren's. Ich werde noch einen... und den Waffen ausbilden lassen. Und den Waffen ausbilden lassen. Nichts. Ich werde noch einen Sack-Bird. Waa-hoo! Oh, 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 oh. So, wir haben die maximale Anzahl, Bevölkerungsanzahl. Wohler, wenn wir daraufhin wahrscheinlich Stress, sollen wir die erst angreifen. Und dann, ach komm, was geht's? Schroian beim Schroenen. Schroeter! Schro整 von Respiel. So. Mal wie die Isseln aussehen. Ein anderer Stamm greift an. Na super. Recht herzlichen Dank. Alright. Das war's für heute. So, jetzt ist Schluss im Torf. Jetzt werde ich hier ausradieren. Es reicht. Wie zwar, er geht nicht. Alles hat seine Grenzen. A-Hah! A-Hah! Geh, 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 geh! Aber so ist es manchmal. Zwei friedliche, zwei Kriegerische, auch ihre Werkzeuge und Outfits sind nun Teil von unserem Stammesplan. Zwei friedliche, zwei Kriegerische, auch ihre Werkzeuge und Outfits sind nun Teil von unserem Stammesplan. Das ist irgendwie traurig. So ist das manchmal. Werden wir ein Tier domestizieren. Und zwar dich. Das ist ein Tier. Ein Tier. Ein Tier. Ein Tier. Ein Tier. Oh, shit. So, ist er nicht mehr so ein Einer? Was ist denn das? Das ist schon interessant, die Tiere hier am Stadt. Was noch interessant wäre, wenn man selber in der Kreaturenphase bleibt, aber sich andere weiterentwickeln. Hm? Was? Oh, sie werden wieder sauer. Okay. Dann werden wir jetzt mal... Was? 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 So, hier muss keins gehen. So, hier muss keins gehen. Aber auf uns. So, auch die schlaften dürfen was arbeiten. So, auch die beiden. So, aus aktuellem Anlass werden wir uns dann heute verabschieden. Das heißt, ich werde mich verabschieden. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und gute Unterhaltung. Und wir haben jetzt auch wieder geschlossen mit dem Lavendel. Und vielleicht sind wir uns beim nächsten Mal wieder in die Zivilisationsphase geht. Es sei denn, es taucht noch ein Stamm auf. Ja, das wäre natürlich auch eine tolle Herausforderung. Ach, ich wappel dir irgendwie nur Müll. Alles gut, alles gut. Wir lassen jetzt die Jungs oder es sind auch Mädels dabei. Ach, ist auch egal. Wir lassen die Babianer jetzt in Ruhe frühstücken. Und ich hoffe, ihr habt euch auch jetzt einen kleinen Snack genehmigt. Und ich werde mich verabschieden mit den Worten, passt auf euch auf, wascht euch die Hände, guckt, dass ihr schön zu Hause bleibt. Und schaut am besten alle Videos auf meinem Kanal an, auch mehrfach. Ja, teilt es mit euren Freunden, wenn es euch nicht gefallen hat, auch gerne mit euren Freunden. Ja, denkt daran, jeder Klick zählt. Also für mich. Ähm, aber dafür für euch Spaß. Und das war's jetzt. Bleibt neugierig. Ahoi und tschüss. Und wir schalten noch ein paar Sekunden in den Stamm der Babianer rein. Und dann soll es für heute auch gewesen sein. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Ja, da ist ja, da ist ja, da ist ja, da ist ja... Ah, hier ist es mir! Ha! 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 Ha!